Willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute zum neuen Investing Video. Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben und dann würde ich sagen, nach dem Intro geht es weiter. Ja Freunde, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Verkäufen. Ihr seht, 27 Objekte habe ich verkauft. Also vier Karten von meiner UV-Liste sind weggegangen, sehr gute Gewinne da erzielt und hier durch die Trading-Methode, die ich gestern im Video erwähnt habe, falls ihr das Video verpasst habt, schaut euch diese Trading-Methode an. Freunde, haben wir hier noch in Ladung Fitness-Karten verkauft. Wie gesagt, schaut euch einfach das Video an, dann wisst ihr alles zu diesen Karten. Wir werden natürlich heute noch schauen, welche Top-Partien können kommen, Freunde. Und wir werden uns noch die neue SPC anschauen, die auch gekommen ist. Werden wir natürlich erstmal bei den SPCs reingehen. Schauen wir erstmal, was gekommen ist. Wir sehen hier nämlich, es ist ein Player of the Month gekommen aus der La Liga de Courtois. Kostet wahrscheinlich so 60.000, 70.000. Was müsst ihr dafür abgeben? Ihr müsst dafür abgeben, ein 84er Team, einfach mit zwei Informs und einem Belgier. Ihr könnt natürlich jetzt nachschauen, habt ihr Belgier im Verein. Wir werden natürlich jetzt gleich noch meine nachschauen, ob es sich lohnt, die zu verkaufen oder nicht. Könnt ihr natürlich ein bisschen UV anbieten, die Belgier. Informs, vielleicht auch belgische Informs, mal schauen, was man da hat. Wenn ihr natürlich ein La Liga-Team habt, könnt ihr natürlich Courtois mitnehmen. Ob es sich jetzt so lohnt, für mich nicht, weil ich würde ihn nur abstoßen. Und da kostet er 20.000 mehr, wie der Abschlusspreis eines 90er. Deswegen lohnt es sich nicht, für mich den mitzuholen, Freunde. Ja, das wäre es auch zu Courtois. Wir schauen natürlich jetzt die Belgier nach, die ich im Verein habe. Schauen wir natürlich kurz drüber, was ich für Belgier im Verein habe. Wie gesagt, würde ich euch auch empfehlen, zu machen, diese Belgier jetzt zu verkaufen. Paar sind bestimmt gestiegen. Lukaku uninteressant vernacken könnte interessant sein. Hatte ich mal in irgendeinem Inform-Pack drin. Ist aktuell aber nichts wert. Vielleicht steigt der noch Company. Ist auch, glaube ich, nicht so teuer. Ne, ist noch nicht gestiegen, der gute Company. Die sind, glaube ich, alle untauschbar. 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 Und er hier, tauschbar. Okay, Monet könnte man auch verkaufen. Und er, ja, okay, er kostet ein bisschen was. Zum Beispiel, ein Munir könnt ihr jetzt easy für fast 4.000 verkaufen. Den werde ich auch reinstellen, weil das ist in Ordnung. Das nehme ich mit an Münzen. Der Rest wird wahrscheinlich nichts wert sein. Auch eher untauschbar. Ihr seht, sehr, sehr viel untauschbar am Start. Batshuay, ja, auch nichts wert. Okay, der Rest muss man eh nicht nachschauen. Aber schaut ihr nach, wenn ihr Munir habt oder vielleicht den einen oder anderen, den ich nicht habe. Einfach nachschauen, Belgier, und dann verkaufen, Freunde. Ganz klares Ding. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon zu den Top-Partien rüber, Freunde. Ihr seht natürlich hier, haben wir natürlich auch noch ein paar 83er eingekauft. Ich habe, glaube ich, immer noch Beat-Bahn. Ich hoffe, dass er bis später weggeht. Dann haue ich natürlich den Stream an. Kaufen wir noch ein bisschen ein. So, dann gehen wir natürlich auf den Transfermarkt, Freunde, und zeige euch die Top-Partien, die kommen könnten. Wir fangen natürlich an mit der Premier League. Da spielt Manchester United gegen Chelsea. Relativ gutes, interessantes Duell. Ob das jetzt kommen wird, ist schwierig zu sagen. Wir müssen uns mal kurz die Preise anschauen. Chelsea geht auf jeden Fall noch klar. Also Chelsea könnt ihr kaufen, 700. Ein guter Preis, meiner Meinung nach, für Chelsea. Könnt ihr mitnehmen, ob es bei Menjo was gibt. Schauen wir natürlich auch. Auch Menjo hat, okay, die haben jetzt nur den einen. Müsst ihr natürlich schauen, ob die jetzt was am Start... Oh, den hier hätte man jetzt mitnehmen können. Der ist ja gewechselt, der Young. Ja, wie gesagt, leider Beat-Bahn. Ich kann gar nichts kaufen, das ist das Problem. Muss natürlich schauen, vielleicht ein bisschen über Web-App bieten und da dann ein Verein zuweisen. Dass ich da ein paar Karten natürlich auch hole. Aber wie gesagt, United für 700 geht schon klar. 57 schaut natürlich, dass ihr eher seltener kriegt. Aber so ein Fred finde ich relativ gut. Vielleicht könnt ihr den auch für 650 oder so erbieten. Aber Fred ist eine sehr, sehr gute Investitionskarte. Brasilianer ZM von Menjo kann man sich gönnen. Der geht auf jeden Fall klar. Kann man sonst noch was erbieten? Ähm, könnt ihr natürlich schauen, dass ihr einen bei E holt. Einen Martic, Martic, werdet ihr safe bekommen. Ähm, wie gesagt, bei E, Linde oder für 700 einfach bieten, werdet ihr schon ein paar bekommen. Ähm, das wäre es so gesehen mit der ersten Partie schon gewesen. Ähm, dann gehen wir natürlich in die La Liga. Ähm, da ist ein relativ interessantes Duell. Ähm, Barcelona gegen Getafe, Zwo da gegen Dritter. Ähm, Barcelona, muss man ja immer sagen, die explodieren ja immer, wenn die in Top-Partien kommen. Ähm, was kosten die aktuell? Okay, sind wieder ein bisschen runter. Ähm, die sind ja immer sehr, sehr teuer. Ähm, 1,5 schon. Ähm, kann man kaufen, muss man nicht. Vielleicht für einen Karten versuchen zu erbieten. Ähm, 4-Pro könnte man mitnehmen. 4-Pro, wie gesagt, ich habe eh Gebietbahn. Ich kann eh nicht kaufen. Aber wenn ihr einen 4-Pro für 1,5 bekommt, könnt ihr mitnehmen. Genauso wie Sergio Roberto, wenn ihr ihn für 1,5, 1,6 bekommt, könnt ihr die mitnehmen. Also die Karte könnt ihr immer investieren. Ähm, Barcelona geht immer auf 3, 4K. Ähm, kommt öfters ja in den Top-Partien. Ähm, aber ihr müsst halt wissen, natürlich ist es auch ein bisschen Risiko, die einzukaufen kommt. Ist nicht, könnt ihr natürlich auch nochmal ein paar 100 Coins droppen. Ähm, Getafe sollte es für 500 geben, oder? Ja, für 500. Könnt ihr hier ja reichlich einkaufen. Schaut ihr am besten, dass ihr hier den LM kauft. Brasiliana ist schon mal sehr, sehr gut. RM hier könnte auch richtig teuer werden, wenn man unbedingt einen von Getafe braucht. Oder es könnte ja auch sein, gebt entweder einen von Barcelona, oder gebe insgesamt 2 ab. Könnte kommen. Ähm, also entweder oder, also das Getafe oder Barcelona man braucht. Ähm, deswegen, ich würde eher in Getafe-Spieler investieren. Ähm, wenn ihr wirklich investieren wollt. Wie gesagt, ihr kriegt die für 450, 500, so. Das ist ein sehr, sehr guter Preis. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt seltener am Start haben. Getafe, die haben, glaube ich, diesen einen Stürmer. Ja, ja, genau. Ihn hier. Werdet ihr sogar wahrscheinlich für 650 oft erbieten können. Ähm, könnt ihr euch gönnen. Ähm, ich glaube, sein Abstoßpreis ist 628, ähm, 628 oder 632. So irgendwas. Ähm, den hier könntet ihr auch bieten. Wie gesagt, ich kann's halt jetzt nicht vormachen, Freunde. Ähm, weil der Beat-Bahn am Start ist. Aber ihr würdet den hier und diesen Stürmer für 650 versucht hier zu erbieten. Das geht vollkommen klar. Das ist sehr, sehr gut. Weil jede Formation hat eh einen Stürmer. Deswegen ist die Position schon mal gut. Auch Soljo hier. Den hier könntet ihr für 400 euch erbieten. Könnt ihr euch mitnehmen, sowas. Alles bis 400 könnt ihr ja egal, ob es Silber oder Gold ist, einkaufen. Wenn es selten ist. Ähm, bei den Silbernen. Nun wäre es schwierig, aber es gibt ja eh die Ligen-SBC. Deswegen gar kein Problem bei der Spanischen Liga. Wir machen weiter, Freunde, mit der in der dritten Top-Partie. Äh, man muss sagen, Inter ist zwar schon in den Top-Partien. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn sie nochmal kommen würden. Das ist der erste gegen den dritten. Man muss sagen, Inter-Spieler kosten gar nichts aktuell. Also ihr seht, ihr könnt die wahrscheinlich für 650 erbieten. Den hier sogar für 350. Ihr seht, da bietet kein Mensch-Gefühl drauf. Ähm, könnt ihr natürlich einkaufen. Ähm, wird man vielleicht sogar für 700 die selbenen kriegen. Kann man, wenn man Glück hat. Also ihr seht es hier, ähm, da wird man nichts verkehrt machen. Auch ein Young, sehr, sehr interessant, weil er natürlich Engländer ist. Ähm, LV, sehr, sehr interessant, äh, zum Einkaufen. Wenn ihr den für 5,600 bekommt, nehmt auch gerne den Young mit. Ähm, die spielen gegen Lazio. Wie gesagt, Lazio Dritter. Ähm, sehr, sehr gutes Duell. Das ist so, schon ein wegweisendes, äh, Duell. Wer weiter oben bleibt. Ähm, Inter ja erster, wie gesagt. Aber das alles sehr, sehr eng beisammen. Ich glaube, Inter 54 Punkte. Ähm, Juve und, ähm, hier Lazio haben 53 Punkte. Das ist sehr eng zusammen. Auch den hier könnt ihr für 700 kaufen. Ihr seht ja hier. Da bietet kein Mensch. Er bietet euch die. Wie gesagt, da habt ihr null Risiko. Könnt ihr all in gehen. Okay, jetzt hat da einer drauf geboten. Aber da habt ihr null Risiko. Könnt ihr für 6, 700 easy erbieten. Diese Karten macht ihr nichts verkehrt, Freunde. Ähm, wie gesagt, das ist mit Inter und Lazio. Da macht ihr wirklich überhaupt nichts verkehrt. Nächste Duell ist in der Ligue. Äh, schauen wir mal, wo die ist. Hier, da spielt Marseille gegen Lille. Auch relativ gutes Duell. Auch die werdet ihr immer billig bekommen. Weil es da halt viele Karten gibt. Wir schauen mal, was es bei Lille gibt's für 500. Und ihr seht hier schon. Ähm, den Rechtsverteidiger ist sehr, sehr interessant für 500. Ähm, und er hat sogar ein Perfekt-Link hier mit diesem ZDM. Also, beide aus der Türkei. Beide für 400 erbieten. Ähm, kann man die gut verlinken für ein SPC. Könnten diese beiden natürlich nochmal ein bisschen mehr steigen. Also, es gibt, glaube ich, auch gefühlt nur die 2 Stück hier. Natürlich den 1 ZDM Portugal noch. Aber sonst, ihr könntet hier auch die Bronze mitnehmen für 400. Wie gesagt, es gibt hier die Ligen-SPC. Auch hier werdet ihr diese Karten minimum wieder für 500, 600 verkaufen können. Ähm, nehmt euch die mit für 400, 500. Macht ihr gar nichts verkehrt. Ähm, nächster Duell ist, äh, also, nächste Mannschaft, besser gesagt, ist natürlich Marseille. Hier schauen wir natürlich auch, ob es da was gibt. Auch hier seht ihr, gibt es En-Mars-Goal-Spieler für 400, 450. Wie gesagt, kommt es nicht. Ihr könnt die für 500, 600 easy wieder reinstellen und verkaufen. Hier auch ein Sakai sehr, sehr gut. Rechtsverteidiger. Wie gesagt, das ist, äh, kann man sich gönnen. Bis auf sowas würde ich nicht kaufen. So ein Torhüter-Bronze für, äh, würde ich nicht kaufen. Den Rest könnt ihr hier theoretisch auch alles mitnehmen. Nehmt ihr euch einfach mit für 400, 500. Macht ihr gar nichts verkehrt, Freunde. Also, das sind meiner Meinung nach sehr, sehr gute Preise. Ähm, aktuell Top-Party könnte man wieder einkaufen. Ich werde natürlich nicht in Masse investieren, weil ich aktuell, äh, ungefähr 3000, 4000, ähm, 83er gekauft habe. Ihr seht es ja hier. Ich kann euch mal kurz zeigen. Wie gesagt, Freunde, ähm, bin ich natürlich für das OTW-Event am Einkaufen. Für die 83er, ähm, habe ich sehr, sehr viele gekauft. Wir können mal schauen. Ist was von der Liste gerade weggegangen. Ähm, Molnir ist sogar weggegangen für 3,8. Schmeckt auf jeden Fall. Nehme ich gerne mit. Diese Münzen für ihn, ähm, ist einfach mal wieder on point. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zu dem letzten Duell. Und das ist so ein Geheimtipp von mir. Ähm, wir gehen hier für in die österreichische Liga. Hier spielt der Erste gegen den Zweiten. Hier spielt Salzburg gegen Linz, Freunde. Ähm, was würde ich euch hier empfehlen? Ich würde euch einfach hier empfehlen, die Silber-Methode zu machen. Macht hier die Silber-Methode und bietet auf jeden Spieler von dieser Liga 150. Ihr könnt natürlich auch von Salzburg oder von Linz für 150 holen. Aber ich würde euch empfehlen, weil es wird wieder so sein, meistens wenn Schweiz österreichische Liga ist, komm nicht, äh, gib, äh, einen von Linz oder gib einen von, ähm, Salzburg ab. Da kommt meistens, gib drei aus dieser österreichischen Liga ab. Deswegen würde ich euch empfehlen, ähm, ähm, einfach Silber-Spieler, 150 und dann einfach durchbieten. Dann bietet ihr, bietet ihr, bietet ihr, ähm, werdet ihr relativ viel bekommen. Ähm, macht da nichts verkehrt. Schaut da einen Torhüter, wie sich jetzt nicht so viele kaufen. Aber den Rest könnt ihr auf jeden Fall einfach bieten, bieten, bieten. Ähm, und dann einfach in den Verein nehmen. Oder auch unzugewiesene Liste damit füllen. Weil ich glaube, dass dieses Duell schon kommen wird. Ähm, und dann macht ihr 5,600 Coins pro Karte. Weil meistens ist es so, also das war das letzte Mal, als Bern gegen Basel in der Schweizer Liga kam, ähm, hat man, sind die einfach alle auf 6,700 gestiegen, die ganzen Silbernen. Weil man muss hier schauen, in dieser Liga, es gibt ja nicht so viele Goldkarten. Ähm, ich glaube, weiß nicht mal, ob Linz überhaupt Goldkarten hat. Nein, haben die nicht mal. Ähm, Salzburg hat ein paar Goldkarten, nicht viele. Ähm, ja, meistens sind auch weggewechselt. Junuzovic vielleicht für 350, könnt ihr euch mitnehmen. Wenn ihr den hier, ähm, ja, okay, Minomino kriegt man nicht mehr. Ähm, Ramaglio vielleicht, okay, könnte man mitnehmen für 4,500, der geht noch klar. Ähm, aber sonst wird es hier wahrscheinlich nichts geben, äh, was man einkaufen kann. Deswegen eher auf die Silbermethode hier auf diese Spieler aufspringen, Freunde. Und dann wären wir so gesehen bei den Top-Partien auch durch. Und dann wäre es das mit diesem Video gewesen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir jetzt gerne einen Daumen noch um. Schreibt es in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde. Ciao, Freunde.